ja hallo leute und ja heute ist freitag ich gehe wieder nach rosenbach heute ist ja schon 13 uhr habe ich ja gesagt dass ich heute früher komme und ich gehe nach rosenbach den zug auf die kopf sie hallo filmen und ja hier ist gerade eine nachbarin und ja jetzt gehe ich wieder ist ja schon 13 uhr und ja dann werde ich erstens dazu noch wie kopf sie filmen dann noch den einen zug jetzt bin ich gerade worauf getreten auf die ja wie sagt man dazu schon ich weiß nur mein dialekt begriff dass du fehl auf das habe ich heißen das schon keine ahnung leute sorry weiß ich nicht grad und hier und ja wir werden jetzt erstes welchen zug nach vielen kopf zu filmen und danach dann ein talent der gleich danach kommt dann werde ich kommen vielleicht zwei güterzüge oder einer dann kommt wieder ein talent der 14 uhr 27er dann kommt aber ich will hier liegen von dem zeug da dann auf jeden fall kommt dann noch vielleicht wieder zwei güterzüge oder einer dann kommt wieder ein talent und dank für er kommt vielleicht danach wieder ein güterzug und danach kommt der talent ab und dann gehe ich erst nach hause heute schon ein bisschen früher und ja dann war es das bis später